Hallihallöche Leute, Willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts. Ja, im Netzbad haben wir zumindest einen Teil von, naja, eigentlich haben wir Hallo Bestien nochmal erkundet, beziehungsweise wir haben Hallo Bestien nochmal durchkämpfen müssen und das habe ich nochmal privat machen müssen. Ja, jetzt sind wir Richtung Finale, wir sehen hier die Prinzessinnen. Hallo, na? Ja, wir haben auf dich gewartet, Meister Schlüsselschwärts. Wo ist Ansem? Er ist weg. Als das Schlüsselloch erschien, strömierte die Dunkelheit aus ihm heraus. Sie verschlangen Ansem und fort war er. Obwohl Ansem weg ist, nimmt die Flut der Dunkelheit kein Ende. Wir versuchen gemeinsam sie zurückzudrängen. Ich werde seinen Gestern noch nie vergessen. Als sie in die Dunkelheit verschlangen, lächelte er. Oh. Ha. Krasser Typ, gleich. So, äh, da hinten. Zora, bitte beeil dich, die Dunkelheit vergießt sich aus dem Schlüsselloch. Mehr können wir hier nicht tun, um die Dunkelheit auszuhalten. Ich weiß nicht, wie lange wir noch durchhalten können. Okay, bin schon unterwegs. Wir zählen auf dich, Meister Schlüsselschwärts. In der Zwischenzeit werden auch wir tun, was wir können. So, wo muss ich da endlich rein? Gute Frage, würde ich sagen. Da hinten wahrscheinlich, oder? Lift, ja. Komm ich da jetzt her, oder muss ich da lang? Nee, da, da komm ich her. Okay, okay, okay. Dann gehen wir dir die anderen Weg. Da haben wir ja noch einen. Ähm, genau da lang. Liftschacht. Da ist auch nochmal ein Liftschacht. Okay, dann gehen wir nochmal in den zweiten Liftschacht. Äh, Sora hat übrigens, während ich gelevelt habe, noch den Trotzkopf gelehrt. Eine super krasse Fähigkeit. Also, ähm, wenn Sora halt getroffen wird, dann wird er halt nie komplett sterben. Das ist so ein bisschen wie, äh, Robustheit mit Pokémon, genau. Ähm, da kann man ja auch, also Tidechern sowas überleben ja auch mit einem KPD. Also, das ist ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob das der richtige Vergleich war. Das Pokémon und, äh, im Harz hat auch irgendwie ein bisschen was Gutes ist. So, der ist noch ein Drache. Und so ein Flattermann. Oh, dankeschön, du wirst. So, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Das ist, äh, die ganz, ganz gigantische, gigantöse Frage. So, da haben wir auf jeden Fall das. Da ist, da ist, Moment, doch, da, da können wir doch her. Mann. Okay, wir sind hier langgekommen. Hab ich nichts gesagt. Ich erinnere mich an, überlegen, wo es nochmal weitergeht. Also, ich bin mir nicht so sicher, ob das so sech der Weg war, wo wir langen müssten. Und wieder bin ich zu unsicher. So. Mal bitte auffüllen, dankeschön. Hilft schacht. Ja, das ist ein Süßenschatz. Sechs Lichterhalle. Oh, das sieht besser aus. Ja, da sind wir richtig. Das ist der richtige Weg. Hallo. So, na? Äh, aber... Werde dich einfach von der Seite attackiert. Werde dich einfach von der Seite attackiert, was gibt's eigentlich? Irgendwie seh' ich nichts. So, äh, dich hätt' ich auch schon mal besiegt, das ist schon mal schön. So. Soviel Dynamics bin ich hier. Wunderbar! Ah, ja! So, äh... So! So! Leben! Wir können sowieso die Ahnung gleich vergessen. Also, ähm... Ihr werdet's sehen! Also, auf jeden Fall sehen. Oh, Saga hat noch ganz viel Zeug. Das ist sehr schön. Das ist wunderbar. So! Dann wollen wir doch mal hoch. Den wir die Gegner hier besiegt haben. Ich nehm' alles mit, was ich irgendwie kriegen kann. Ist, glaub' ich, nicht mehr so verkehrt. Und diese scheiß Geister, die in der... Diese geile Magier sind sowas von nervig. Das ist unglaublich. So, da oben haben wir noch ne Kiste. Hallo Kiste! Na? Was geht? Flaregummi, okay. Keine Ahnung, was das bringt. Ich nehm's einfach mal hin. Aua! Ja, da ist der Trotzkopf gewesen. Habt ihr's gesehen? Das war der Trotzkopf. So! Langer Gegner! Hey! Spaß! 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 Zack! Äh... Wo... Wo ist der denn? Da! Ey! Äh... 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 Ach, da sind noch mehr von den Dingern. Hallo! Na? Die Fettwanze! Aaaaah! Aaaaah! Zack, zack! So, weg damit! Ah! Nervige, nervige Sachen! So, dann gehen wir nochmal nach oben. Ich glaube, da kommen sogar noch mehr Gegner gleich. Ja. Ei! Na? Auch hier? Ah! Ah! Zack! Zack! Äh! Ah! Zack! Ah! 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 Nein! Nicht ohne mich! Ohne mich! Danke Donald, dass du mir nochmal Schutz gibst! So, weg damit! So, weg damit! So, jetzt haben wir aber alle Gegner besitzt! Und ich glaube, da oben ist noch mal eine Kiste mit dem Daumen Latina, wenn ich mich richtig erinnere. Wir haben sie gerade aus der Aumklingel nur gesehen, die hier jetzt. Guck, was da drin ist! Memory! Ah, das... Ja! Ja, stimmt ja! Den gab's ja auch noch, warte! Ich glaube, Sora ist aber... Memoria, wo haben wir ihn da? Besitzt eine zerstörte Durchschlagskraft. Maximum OP sinkt um 1 EP. Joa! Komm! Habe ich nichts gegen? Wir haben sowieso noch EP. Also... Der, äh... Schlosses Schwert habe ich damals schon noch benutzt. So, ähm... Aber ich hab's komplett vergessen, dass es hier auch noch rumliegt. So, was haben wir hier? Und noch ein paar Welpen. Joa, gut, äh... Brauche ich jetzt nicht unbedingt noch. Da hinten ist... Nichts. Okay. Auf geht's! Auf geht's in die... Zum Endgegner! Schattenwürsel! Ja, noch nicht ganz. Also wir haben jetzt halt noch ein paar Gegner vor uns. Und diesen Gegner besiegt man am einfachsten, wenn wir hier oben einfach rauf springen. Hier ist da überhaupt nicht klar. Hier ist das normally different als wir noch recht, wenn wir unteren. Aber... Los찾示 sen파輛 haben... était also ist das ein Unend Again, da gibtes nicht länger was weiß. Put yourself in die Durrex in die Tränen, dann geht's auch. wie leben wir hier ja Danke sowas mit denen. So, jetzt springen wir wieder noch oben da. Ah! Nein, wieder runtergefallen. Shit. Das wollte ich nicht. Jetzt sind wir da im Griff. Incoming. So, äh... Kommen wir da hoch. Vielleicht kommt doch bestimmt wieder dieser Blitz an, oder? Ah, nö. Das... Okay. Das ist der Angriff. Ach ja, ich erinnere mich noch an diesen kleinen Gegner, weil der war ein Kampfhockey halt noch. So, hoch da. Schau mir noch so... Ich mein' wie ich jetzt haut's kauft, das ist super. weg damit. Maximum HP, Maximum HP. Hey, cool. Cool, cool, cool. Omega dort erhalten. Ich weiß, was das ist. Bleib mal gucken. Jetzt lasst uns das große Schlüssel-Lobware siegeln. Sora, du hast es geschafft. Was macht ihr denn hier? Ihr seid mit Sitzchiff angekommen. Hier haben wir als Kinder gelebt. Wir wollen es einmal wiedersehen. Der Zustand ist schlimmer, als ich dachte. Es war früher so friedlich hier. Keine Angst. Wenn wir Anseln besiegen, wird alles wieder so wie früher werden. Auch deine Insel. Wirklich? Aber es bedeutet auch, Abschied zu nehmen. Wenn die Welten wiederhergestellt sind, werden sie wieder voneinander getrennt sein. Jeder kehrt dann wieder daran zurück, wo er herkam. Dann besuche ich euch mit dem Gummi-Jet, Leute. So einfach ist das nicht. Du hast vorher nichts von den anderen Welten gewusst, oder? Weil die Welten voneinander getrennt waren. Unüberwindbare Mauern trennten sie. Die Herzlosen haben diese Mauern zerstört. Aber mit dem Welten kehren auch die Mauern zurück. Was bedeutet das, dass auch Gummi-Jets nichts nützen? Heißt das, dass wir uns nie mehr... Auch wenn wir uns nicht wiedersehen, vergessen werden wir einander nie. Egal wo wir sind, unsere Herzen werden uns wieder zusammenführen. Weißt du was? Ich könnte dich nie vergessen, selbst wenn ich wollte. Was soll das denn bedeuten? Sora! Schnell! Komm her und verschließ das Schlüssellof! Sora, viel Glück. Sora, viel Glück. Danke, Sora. Ich glaube, die Dunkelheit wird schwächer. Aber ich fühle, dass sich irgendwo weit weg eine mächtige Dunkelheit zusammenbraut. Es ist das Herz der Dunkelheit, dort wo in Ansem gegangen ist. Dann nehmen wir den Gummi-Jet und schöpfen uns Ansem und diese Herzlose vor. Wahr gesprochen, Meister Schlüsselschwerts. Wir schenken dir diese Kraft, um dich zu unterstützen. Kriege Kraft der Hitze erhalten. Feuere Wohr hat es zuvor geentwickelt. Sora, dein Mut kann uns unsere Welten zurückbringen. Wenn die Dunkelheit gewichen ist, wird alles wieder so wie früher sein. Wird Kairi wieder auf der Insel sein? Ganz bestimmt. Und du ebenfalls. Ich gehe erst nach Hause, wenn ich Zeriko und den König gefunden habe. Okay. So. Äh. Wir haben ja noch was erhalten. Das möchte ich mir nochmal angucken. Dieses Omega, Omega, Konda, Omega Dot. Ähm. Ja. Komm. So. Ähm. Ja, Gummi-Jet. Wir werden auf jeden Fall nochmal im Speichern. Wir werden immer noch ein bisschen Pratzeit. Das ist schön. So. Äh. Wop, wop, wop. Und Gummi-Jet. Die Gummi-Jet steigen. Ja. Also was von. In der Arena Solums findet zur Zeit ein Wettkampf statt. Aber dieses Mal soll es wirklich gefährlich sein. So. Jetzt haben wir da unten. Normal. Ja. Da wollen wir hin. Ich glaube, das machen wir halt diesen Part auch noch. Und den Rest machen wir halt den nächsten Part im Kampf. Ich meine, der Kampf wird sowieso ziemlich lange sein. Also ich werde sehr viel Karten wieder. Habe ich dir aber mal jetzt ja auch gemacht. Weil ich ja wieder keine Lust habe. Großartig viel oft den Wettkampf zu machen. Ich werde es euch natürlich mal zeigen. Ich werde versuchen, den Wettkampf zu stellen. Auf jeden Fall alles zu erreichen. Also den Wettkampf, äh, was, ähm. Jetzt haben wir jetzt ein fehliges Wort, das, äh, die Boss-Boss-Dingsbums. Die Boss-Fahnen. Genau, die Boss-Angriffen von dem Ding. Und da hinten sehen wir schon, es wird lila und dunkel. Böse, böse Sachen erwarten uns. D-d-d-d-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Jetzt ist halt mal ein bisschen viel los auf dem Bildschirm. Aber egal. Das ist halt der letzte Flug für uns. Ich meine natürlich könnte ich jetzt auch nach Herkules, dann die ganze Sache machen. Ich weiß auch, dass der krasseste Boss-Boss-Boss-Boss-Boss blauert. Also Sephiroth. Das ist der richtig stärkste Gegner hier im Spiel. Aber da ich den sowieso noch nie besagt habe, auch privat nicht. Moment, mein Controller ist alle gegangen. Warum ist er alle? Er hat sich einfach abgewählt. So ein Schwein. Ich hoffe, dass es nicht daran liegt, dass die Batterie alles ist oder sowas. Das wäre ärgerlich. Ich weiß gar nicht, was das alles ist. Naja, egal. Wäre schön, wenn man hier auch ein bisschen sowas wie Power-Sachen oder sowas findet. Ein paar Pauschens oder so Kram halt. Was ist das überhaupt? Was sind das für Dinger? Sie sehen aus, könnte man sie essen. Und da sind noch mehr von den Dingern. Hey! Ich habe sie gesehen. Ich baue richtig viele Schüsse, okay. Okay, ich nehme das ganze Eid. Äh, zeigt mir nichts. Ich habe fast wieder verloren alles. Zack, zack, zack. Weg damit, alle. So, da hinten. Ich weiß nicht, ob das schon mein Ziel ist. Da sieht aber so aus. Hallo, na. Öfters hier. So, landen. Das Ende der Welt. So, hey, wir haben Speicherpunkt. Speichern. So, Leute, ich würde allerdings sagen, das Ende der Welt besteht am Ende des nächsten Partens bevor. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Dabeisein. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Bis dann und bye-bye. Ciao.